Für Innovation sind drei T entscheidend. Talente, Technologie und Toleranz. Talente, das heißt, wir brauchen die weltbeste Bildungspolitik für alle, dass alle ihre Fähigkeiten entfalten können. Technologie, das heißt, wir brauchen Offenheit für Neues. Wir brauchen eine offene Annahme dessen, was neu kommt und sollten nicht immer erst die Risiken sehen, sondern vor allem die Chancen, die neue Technologien bringen. Und Toleranz, das heißt, wir wollen Menschen zu uns holen im Wettbewerb der Talente, aber wir müssen einander dann in unserer Unterschiedlichkeit akzeptieren, weil die Teams, die unterschiedlich sind, die einander tolerieren, die auch mit anderen Lebensentwürfen umgehen können, das sind die Kreativsten. Und Kreativität ist die Voraussetzung für Innovation.